Okay, keep me down Yo meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Roofman und ich rufe von Dach für euch und heute mit dem Thema das Herz. In diesem Video soll es eher so um die Basics gehen. Dieses Video ist eher geeignet für Anfänger, die im Rettungsdienst sind, also Rettungshelfer, Rettungssanitäter, die Anfänge des Notfallsanitäters. Also wer schon im Arztstudium ist, für den wird das Video bei weitem nicht mehr reichen. Ja, und dann fangen wir schon mal an. So, kommen wir einmal zur Lage des Herzens. Das Herz liegt hinter dem Brustbein, genannt Retro-Sternal. Es ist zwei Drittel links, ein Drittel mittig rechts. Die Richtungsangaben von der Herzbasis zur Spitze hin ist oben, rechts, hinten, nach unten, links, vorne. Also Kranial, Dexter, Dorsal, Kaudal, Sinister, Ventral. Im Mittelraum, also im Mediastinum. Die Größe des Herzens beträgt 11,5 bis 15 cm und das Gewicht ist ca. 300 g. Und um sich das Herz besser einprägen zu können, spielen wir das Spiel, ich bin ein Sauerstoffteilchen. So, wir sind jetzt erstmal sauerstoffarm und sind im rechten Vorhof, das Atrium Dexter. So, von Atrium Dexter geht es durch die Trikuspidalklappe, diese hier, in die rechte Kammer, den Ventriculus Dexter. Und im Ventriculus Dexter geht es durch die Lungenarterienklappe, die hier, die Valva pulmonalis, in die Lungenarterie. Sauerstoffteilchen auch, sind sauerstoffreich. Wir kommen in der Lungenvene, in den linken Vorhof, das Atrium Sinister, gehen durch die Mitralklappe, in die linke Kammer, Ventriculus Sinister, durch die Aortenklappe, die Valva ortee, in den Aortenbogen, man teilt den auf in Aorta Ascendence aufsteigend und Aorta Descendence absteigend, und das Ganze wird Aortenbogen genannt, mit der Windkesselfunktion. Geht dann in den Bauchraum, in das Kapillarsystem, oder wo auch immer man gerade hin möchte, wird dort der Stoff wechselt, ist wieder sauerstoffarm, kommt mit der Vena Cava Inferior, also der unteren Hohlvene, wieder im rechten Vorhof an. Man muss natürlich nicht nach unten gehen, man kann auch von oben kommen, vom Kopf aus oder irgendwo, dann würde man von der oberen Hohlvene kommen, der Vena Cava Superior. Und da wäre man auch wieder im rechten Vorhof, das wäre einmal der Kreislauf. So, kommen wir zu den Gefäßschichten. Hier haben wir einmal mal das Herz. So, die erste Schicht wäre die zarte Innenwand. Dann kommt der Herzmuskel, die ist ein bisschen dicker. Dann kommt die derbe Außenhaut. Und dann kommt der Herzbeutel. Und der Terminus wäre dazu das Endokard, das Mu-Kard, das Ebikard, und dann kommt das Perikard, also von innen nach außen. So, kommen wir nur einmal ganz, ganz kurz zu den Herzmechaniken. Das wäre einmal die Systole, die Anspannungsphase und die Austreibungsphase und die Diastole, die Entspannungsphase und die Füllphase des Herzens. So, zum Herzen gehört ja auch das Reizleitsystem. Also man muss ja irgendwie mal erfahren, wie ein Herzschlag zustande kommt. Da habe ich hier einmal so schön gemalt ein Herz. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Mit den ganzen Mechaniken. Also wir hatten einmal den Sinusknoten, den Abbauknoten, das Isbündel, die Tavara-Schenkel und die Pukinye-Fasern. Der Sinusknoten, der primäre Impulsgeber, schlägt ca. mit 70-80 schlägen die Minute. Die Lage ist in der Innenwand des rechten Vorhofes an der oberen Hohlvene. Die Impulse gehen durch die Muskulatur des rechten Vorhofes, wo sie dann zum AV-Knoten weitergeleitet werden. Der AV-Knoten, der Atriventrikularknoten, ist der sekundäre Impulsgeber. Kann beim Ausfallen vom Sinusknoten elektrische Impulse erzeugen, die ca. 50-60 Schläge die Minute wären. Die Lage wäre, am Boden des rechten Vorhofes geht in das Isbündel über. Kommen wir zum Isbündel. Es teilt sich in drei Tavara-Schenkel auf. Es ist der tertiäre Impulsgeber beim Ausfall vom Sinusknoten und AV-Knoten. Also es ist der dritte Impulsgeber, sollten die anderen beiden ausfallen. Es schafft ca. 20-30 Schläge die Minute. Und das sind dann die genannten Kammerrhythmen, welche man auch im EKG sehen kann. Die Lage, beide Seiten der Herzscheidewand, es leitet die Erregung bis zur Herzspitze weiter. So kommen wir zu den Tavara-Schenkeln. Die teilen sich auf in den rechten und linken Kammer-Schenkel. Der linke teilt sich dann noch einmal in zwei Äste auf, in den Anterion- und Posterion-Fasikeln. Die Lage zwischen dem Isbündel und den Pukinye-Fasern, sie ziehen an beiden Seiten der Kammer-Scheidewand in Richtung Herzspitze. So kommen wir einmal zu guter Letzt zu den Pukinye-Fasern. Sie gehen von den Tavara-Schenkeln aus. Die Lage von der Herzspitze durch das gesamte Herzgewebe sind für die gleichmäßige Verteilung der elektrischen Aktivität verantwortlich. So ich hoffe, der kleine Einstieg in das Herz- und das Herzreizleitsystem hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch